My Gewannen, Baldur's Gate, Nelleth, Mellon, hallo und herzlich willkommen ihr Lieben hier zurück zu Baldur's Gate 3. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir feiern heute Abend eine Party und zwar die Befreiung von Halsin und Volo und, wenn man es genau nehmen möchte, Liam aus den Fängen der Goblins. Wie schön, los geht's, Party on! Oh, schön. Und Kratzer freut sich wahrscheinlich. Schön. Es sind aber viele gekommen. Patience. Hast du kein Respekt für Showmanship? Hast du Performance-Istungen, Roland? Hush you and behold! Ist das alles? Ja, ich glaube, ich klatsche mal, ne? Gute Entscheidung. Gute Entscheidung. Lia. Was mit euch dreien? Damit seht ihr euch. Es freut mich, dass ihr geblieben seid. Ich auch. Du bist einer der guten, du kennst das. Schau uns an, wenn du Baldur's Gate hattest. Es wäre schön, dass ihr ein freundliches Gesicht sehen könnt. Sehr gerne. Sind Roland und Lia eigentlich zusammen? Ich weiß, dass ihr eine Horde von Goblins abgetaucht habt, aber das ist weit weg. Kratzer. Oh, der spielt mit jedem. Ich liebe diese Leute. Sie sind glücklich. Es ist... ...kontagös. Der hat seinen Spaß. Cool. Ich muss tanzen. Nein. Nein. Ich muss liegen. Ja, ich glaube, auch. Ja, ich glaube, auch. Shari! Das ist infernal für Tschüss. Oder possibly Turnip. ja rübel ach gell jetzt weiß ich nicht mit wem spreche ich denn zuerst hier wolo und vielleicht sollten wir erstmal den ehrengast begrüßen halsen ich dachte ihr wollt vielleicht was mit mir trinken ich sehe da kein problem okay ja ich glaube da bahnt sich was an zwischen den beiden vielleicht würde ja lieber etwas anderes machen hmm i'm sure there are you strike me as extremely resourceful but there are many grateful people here who want to spend time with you i must not keep you all to myself as enjoyable as that maybe go on enjoy yourself seek out some wine before it runs dry there are a lot of thirsty people around here ja da läuft doch irgendwas irgendwann so ach zevlor you have no idea how good it feels to see these people smiling the singing we could probably do without but even so thank you schön auch moll ist da hinten was macht sie denn da you came through for us that's a change from most adults i know seid nicht zu streng mit den alten ja die wird noch mal die wird immer richtig übel wenn die groß ist glaub unterwelt cheffe nur mindestens junge 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 so so they said i have seen the kithraki terrace screaming neogi's legs from its belly to fashion into blades yet they could not match your nerve today it was enough to drive me to madness i smell their blood on you still i smell your moisture a glorious reward for a glorious battle go on have your fun and do not wipe away a single bead of sweat it's intoxicating okay also ich ja rieche noch nach goblin blut das findet sie sehr sehr anregend ja ja das ist ode goblin ähm von äh jill sander ja chrisa hope you enjoy the night hero oh alfira this might be the wine talking but i'm feeling inspired thinking of writing my next song about you but i need an angle any ideas wie wärs mit tapferkeit ein klassisches thema habt ihr diesen körper gesehen es wäre ein verbrechen ihn nicht zu besingen super was meine eltern wohl dazu sagen aha there you are come now settle in i do hope you have partaken of something bracing this may well take us all night was äh und damit meint ihr why your naming quite obviously that ballad was but a crude preview a frame without its crowning jewel your nom de guerre something iconic but not too much of a mouthful we don't want to exclude the common folk after all i intend this tale to enrapture all super ich werde berühmt ich habe schon einen namen wie wäre es mit heinhüter goblinfluch klingt gut aber ich glaube da habe ich schon ein deutsch der es auch heißt mhm habt ihr nichts sinnvolles zu tun ihr habt etwas im sinn far too much this is the very problem if you could set aside your many triumphs carry out one defining act not to belittle your achievements today of course but besting a dragon a giant a god perhaps hm i must deliberate go enjoy your evening i shall have work for you in the days to come alles klar also ein riesen und gott besiegen mach ich doch kein problem so jetzt die frage wo war ich dran ach hier einfach mal hier im uhrzeigersinn rum astarion you know i never pictured myself as a hero never thought i'd be the one they toast for saving so many lives and now that i'm here so schlimm ist es doch gar nicht denkt an die goblins die ihr getötet habt true that was fun still i would have liked more for my trouble than a pat on the head and vinegar for wine it's a heavy rich red dry and sharp see what i mean awful all i want is a little fun is that so much to ask und was ist eure vorstellung von ein wenig vergnügen bei der hells sex my dear a night of passion let's wait until things quiet and down once the others are asleep we'll find each other ah okay ja ich weiß nicht also das geht mir alles ein bisschen zu schnell und ich bin ehrlich als ich möchte eigentlich nicht mit ihm aber aber ich möchte euch natürlich auch nicht enttäuschen ne das sind natürlich wieder szenen die man gesehen haben muss aber bin ich so bin ich so ich wäre so durchgereicht bin ich bin ich ein leichtes mädchen ich weiß es nicht ähm ich möchte eigentlich jetzt nicht immer mit jedem aber ah na gut in ordnung wir sehen uns später indeed you will my love indeed you will oh weia so Carla would you look at this place all these people happy because of us it's nice to be somewhere where good is still possible speaking of possibilities what's this i've been hearing about you and astarian don't get me wrong i'd ride him to the feewild and back if i had the chance but i wouldn't let my guard down around him good to see the two of you getting along anyway at least one of us is getting a little action tja ich habe ich habe genug mut zusammen gekratzt um euch zu sagen wie sehr ich euch mag come on i know i'm not really who you're interested in and anyway even if i were you couldn't touch me without getting burnt to a crisp enjoy yourself tonight you've earned it aber ich wollte ihr was nettes sagen so schattenherz ach mit der werde ich auch nicht warm everyone seems to be in high spirits i saw you with the starry and you two looked cozy far be it from me to judge blood must still be running a little hot after everything strange you know who i never thought i'd find myself caring for an den flüchtlingen exactly right never gave them much thought certainly not that bunch in the grove yet we came through for them we saved their lives odd gar nicht seltsam wir haben das richtige getan das ist leichter gesagt von einigen als anderen aber niemand ist hier um genau von falsch zu diskutieren shadowheart schreift und schreift an der part sie zurückgekehrt dir zurückgekehrt dass du noch da bist ich dachte du möchtest du mit den anderen wollt ihr mich loswerden nicht aber ich dachte du möchtest du möchtest mich loswerden wir haben nicht immer Augen zu Augen gesehen nachher außerdem ich bin sicher dass es viele Menschen die mit dir mit dir mit dir zu erinnern andere wie meint ihr das ich meine du hast die grove ich bin sicher dass du dich ziemlich populär wenn du nachher schauen was ich bin sicher ich bin nicht die 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 ich glaube ich könnte euch für mich gewinnen wenn ich wollte was soll ich denn noch alles tun verstehe euer nein ist also endgültig vorläufig endgültig alles klar verstehe bevor ich gehe wie können wir miteinander auskommen was some advice on how to make me more bearable all right if you like respect my mission my beliefs keep us focused on finding a cure if you do that well i see no reason why we shouldn't get closer now enough about me haven't you seen the way gail's been stealing looks at you go on see if you want something or someone ja wie ich gesagt habe das wird irgendwie nichts also naja was soll ich es hier Ikaron ihr solltet zu ihnen gehen und selbst ein zwei Humpen leeren hm perhaps it will make the evening more tolerable so ich glaube Lazarus äh der empfindet da gar nichts bei so einer Feier ne sind wir denen nur noch zukünftige Seelen zu betreuen Will so alleine hier ja alles in Ordnung alles in Ordnung i love the people from the grove but i unsettled them deep down as i seem to unsettle everyone nowadays you don't want a devil at your party claws will pop the balloons you see and the sweetcakes don't taste half as good as raw eggs with this blasted fork tongue Nun übertreibt ihr aber, so viel hat sich auch wieder nicht verändert. Ich hätte euch gerne dabei, doch ich respektiere euren Wunsch nach Ruhe. So, der arme Gail, die haben wir schon gar nicht gesprochen. Esoteric Tome. Klingt spaßig. Ich hoffe, ihr sprecht nicht wieder von Mystra. Sprecht ihr von eurer Katze? Für eine selbst-Respecting-Wizard. Sie wäre am meisten empressen bei unseren Efforts zu retten, diese Tieflings. Proud, sogar. Und ich habe sie ein wenig zu sein. Nachdem ich mich mit meinem Kondition verletzten, habe ich mich in meine Tower für eine ganze Jahrzehnte. Das ist inconsolable. Wolle in meine selbst-inflicted Tragedie. Ich habe genug von mir. Aber Tower never did. Es war ihre Unterstützung. Seine Forschung, die mich in meine Träten lief. Als wir wussten, dass die magisch entfusende Items die Schlage waren, ging sie weg, um sie für mich zu finden. Sie hat mein Leben gescheitert. Nach so lange von jemand anderem gebeten. Es fühlt sich gut, dass sie die Pflege zurückgegeben haben. Nicht direkt zu Tara, sondern zu diesen jungen Tieflings. Ich bin sicher, dass sie das verletzt wird. Ihr wart gewiss einsam, wenn Tara eure einzige Gesellschaft war. Ja. 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 Ich bin nicht die erste Person, die ich in einem Jahr oder mehr Zeit verletzt habe. Ich habe Zeit in deiner Firma verletzt. Ich habe herausgefunden, dass ich den größeren Teil meiner Wut und Sensitivität in meiner Tower verlassen habe. Ich mag den Gail, der vor mir steht. Recht gern. Ich würde sogar gerne mehr von ihm sehen. ... Wait, are you saying? You know what? I think I've clearly had far too much white. And you've had nowhere near enough. I think this is a conversation best held back on. For now. With my condition as volatile as it is, I fear any undue... excitement may tip it over the edge. So to speak. Go! Indulge in the frivolities. They're good for the heart. And mine will be all the lighter to see you enjoy yourself. Dann bis morgen. Oder so ähnlich. Ja, ich sehe schon das Zwielicht. Boah, 85. Was? Die ganzen Kartoffeln. Viel zu viel. 39. Wie bietet mehr? 46. Karotten raus. Warum kann das nicht automatisch erfolgen? Hier, guck. Das muss ich händig machen. Das gibt's ja eigentlich. Astarion, die Nacht mit Fantasien verbringen, wohin ins Gewebe Geld ich mitnehmen könnte. Zu Bett gehen und an Laisel denken. Alleine zu Bett gehen. Ich hab keine Lust, aber... Wie gesagt, nur einfach fürs Interesse. Also, verurteilt mich jetzt nicht. Ihr Herz schipsen ein beat. Was treasures might this night bestow? Wie gesagt, nur für dich. Okay. Okay. Interessante Narben. Wo habt ihr die her? Was steht da? Ich weiß nicht. Es ist nicht so, dass ich in einem Schild sehen kann und sehen kann. Insofern, genug Pillow-Talk. Los geht's, bevor die Tieflinge uns in eine andere Masse drücken. Ich glaube, ihr geniht ihr Abend? After all eure efforts, es war gut gescheitert. Es ist vielleicht ein Zeitpunkt, bevor ihr eine solche Nacht verdient. Es ist viel zu tun. Und ich versuchte, dass ich euch helfen würde, wie ich kann. Ich bin sicher, dass ein Kür für dich kann auf Moonrise Towers finden, aber es ist kompliziert. The journey, specifically, ist sehr gefährlich. Was ist so gefährlich daran? Was schlägt ihr vor? Was schlägt ihr vor? Du könntest gehen in der Höhe. Du könntest gehen dringend, along die Risen Road, oder durch die Mountain. Es ist leicht, aber du gehenstònnen, in der Überflización. Du könntest auch gehen unter. Es gibt einen Tunnel nüchst, in derهم Kühen des selundetelten Fuß. Es führt die Moonrise Towers durch die Unterdark. Langef General, ein Mann named Ketheric Thorn built eine secret Bewerb aus dort hinten. before rallying a whole army of Dark Justitias, Shah worshippers. Dark Justitias? I must see for myself. Aridon and his lot were looking for a way down there. They were promised riches if they retrieved a relic called the Night Song. But I think there's more. From this stronghold, Cetheric's forces could access both the Temple of Siloona and Moonrise Towers. But he was defeated before he could launch an attack. If you can find this place, I'll wager it will reveal a more direct path to Moonrise Towers. And maybe even bypass the worst of the Shadow Curse. Already? If only I'd gone with you instead of Aridon. I would like to join your camp, if you'll allow me. I can offer my skills, my counsel. I've long sought to return to Moonrise Towers. It seems our fate have aligned. Then brechen wir auf. May Sylvanus guide us. So, abgeschlossen, rettet die Flüchtlinge. Und Kalach, ja, das ist schon okay. Ja, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns gleich auf dem Weg ins Unterreich. Und Astarion muss auch noch hier das Würmchen bekommen. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bedanken fürs Zuschauen und sage, bis gleich, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao, ciao. Und da, bis gleich, ihr Lieben.